Endomit Systems ist ein deutscher Endoskopiegerätehersteller mit Sitz in Ravensburg. Die Grundlage unseres Erfolges ist ein Team mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Endomit Systems hat sich als innovativer Hersteller von Endoskopiegeräten und Instrumenten einen Namen gemacht. Wir bieten unseren Kunden ein breites Portfolio an flexiblen und starren Endoskopiegeräten an. Endomit Systems konzentriert sich auf die Qualitätsverbesserung der Patientenversorgung, insbesondere in Entwicklungsländern. Dieses Ziel erreichen wir durch die fortlaufende Entwicklung und Gestaltung fortschrittlicher deutscher, aber trotzdem kostengünstiger Endoskopie-Systeme. Dank unserem weltweiten Vertriebsnetz können wir unseren Kunden einen umfassenden After-Sales-Service anbieten. Wir konzentrieren uns dabei auf die minimalinvasive, frühe Diagnose und Therapie von Erkrankungen. Unsere Mission ist es, zuverlässige, erschwingliche und kostengünstige Endoskopie-Systeme für medizinisches Fachpersonal weltweit zugänglich zu machen. Hier sehen Sie das Herzstück unseres Portfolios. Endoskopische Verfahren, die als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach weniger invasiven Behandlungen entwickelt wurden, wird in immer mehr Anwendungsbereichen eingesetzt. Nicht nur in der gastroenterologischen Chirurgie und Allgemein-Chirurgie, sondern auch in der Urologie, Gynäkologie, Thorakoskopie und Orthopädie. Sowohl für Erwachsene als auch pädiatrische Anwendungen. Unser Team bei Endomit Systems entwickelt nachhaltige und damit kosteneffektive Komplettlösungen, die global dazu beitragen, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Die kontinuierliche Weiterentwicklung ist in diesem Zusammenhang unsere wichtigste Komponente. Auch in Zukunft möchten wir mit unseren Kunden kostengünstige Technologien weiterentwickeln, damit wir auch weiterhin zu den führenden Anbietern von maßgeschneiderten Lösungen in der Medizin gehören.